Vor 1000 Jahren lebte ein großer Zauberer. So mächtig, dass er durch die Zeit reisen konnte. Nichts konnte ihn aufhalten. Dachte er. Wer bist du? Was suchst du hier? Anavandur. Anavandur? Anavandur, mein Stab. Dieses Unikat wird internationale Bieter interessieren. Ich brauche Anavandur, um nach Hause zu kommen. Oh, nee. Wir müssen hier weg. Hier wohnt Lisa. Welch Lebreiz. Nein, Lisa. Ach, Lisa. Hallo? Hallo? Brav, kleiner Eisendrache. Dein Freund ist schon ziemlich ungewöhnlich. Was die Welt jetzt braucht... Sieht in Regen aus. Könnt ihr dir einen Schirm geben? Ist ein bisschen mehr Magie. Papa, das ist Kettwiesel. Angenehm. End. Hier ist... ...der Stab von der Bitte. Dieser Stab gehört... ...einem Obdachlosen. Bringt uns den Magier! Das ist mein Stab! Ah! 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 Otto... ...ist... ...Catwiesel. Ah! 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 Das ist der Elektriktrick. Läuft, wenn's wieder läuft... ...im Kino. ... ... ... ...